so aufnahme läuft so ja aber verhaltet euch ganz normal ja ja lieber nicht ne war ja gut für dich gilt für dich gilt eine ausnahme und nun mal unreal bei mir updatet er noch steam live bei dir updatet er noch jetzt ist er glaube ich fertig fertig ne dann wollen wir mal left for dead starten spiel starten bei mir braucht er noch ja ja alles gut mit dem steam account ein steam news gibt es ist zu 90 prozent rabatt aber werbung ne mal left for dead aufwischen so was habe ich echt noch nie gesehen ich glaube ich bin update ich lasse ja erst mal das intro laufen ja ja ich will starten so läuft aber ich habe eine idee du hast eine idee oh mein gott wir werden alle sterben es ist so gut mit meinem mikro oder hat sich nichts verändert oder aber ist ok so scheiße wie immer ja alles cool soweit direkt jalla ja laut ähm seid ihr alle soweit kann ich das intro abbrechen nö 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 ok ja dann lass ich doch das mal laufen mal laufen ne woche oder zwei nö 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 ich habe jetzt mal das intro abgebrochen tut mir leid leute aber das kennt ihr eh schon das spiel ist steinalt ich habe gemacht auf lobby ist voll der lobby ist muss da bin ich voll dagegen ja man ja so was was muss ich jetzt hier machen sagt man ja das ist let for that da verliert man automatisch ich ja da ist er ups da ach du bist ich bitte jetzt auch mal mit freunden spielen warte mal nach spielern wird gesucht freundenspielen ich habe gar keine freunde ja aber heute ausnahmsweise mal das spiel beitreten ja da bin ich irgendwo zu sehen nee warum nicht stellt euch nicht so an du gehst du da rein wo ist tom drin weißt du wo ist der ja ja wie komme ich da hin ja du siehst unter namen tom gehst du klickst du ich sehe keinen namen ich sehe keinen namen irgendwo dann du bist blind nein ich habe video beweise dass es nicht so ist du bist blind auch kommst du kein captain hast schon richtig spiel gestartet wird vor der zwei ja ich bin jetzt hier left for the 2 ja wollte mich jetzt verarschen 2 sonst sonst haben wir doch immer left for that 1 gespielt ach so immer nur zwei warte mal warte mal wo ist es denn hin wo ist es denn hin ich finde es nicht hat sich die installiert nein 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 ich finde es du gerade nicht vor panik ja sehen wir jetzt ein neues intro da ist es spiel starten naja jetzt kommt da haben wir haben wir nicht immer äh nee rein okay ist der guhet darfst davor denn nicht europäer spielen was in dunkel pigmentierten achso sach so du meinen deine dicken schwarzen ja mann achso du meinst den dicken schwarzen hab ich so auch so real mystery 2000 er ist 19 und ist lehrer ach herrlich das werden wir irgendwo mal verlinken ja er ist 19 und ist lehrer hallo ihr müsst ihr schützen mir das kannst du voll vergessen du musst schützen mir rafel spricht russisch ja mein rafel ist russe davarisch dabei dabei was heißt davarisch eigentlich ist das was ich lustig fand bei der sendung mit der maus ne er kommt der satz das war russisch und ich dann jedes mal so ach ich hab nix verstanden aber maus war immer zu hause du bist an oh nein gott rafael allein zu haus da wurden schon filme so was muss ich machen ich habe keine ahnung ist schon wieder so lange her ich schlage scheinbar ein okay gut ja gut bei waffen wie da war ein zombie ich will keine pamp kann licht hier keine bessere waffe irgendwo rumgabe ich hier ist nur schein gedämpft maschinenpastroler hier ist weg weil ich habe katana genommen ach du bist ja alter sagt okay dann nehme ich die ich bin schöne frau guckst du so sicherheitsschuss was bei uns haben alle frauen voll waren aber knallt alter knallt warum ist die steuerung so scheiße ich wieder lege vor die jüngste geht vor der ist ladimir ich hab den fernsatz ja gar nicht ich ich geh mal im keller ganz alleine ich habe gerade 20 somit getötet kann er gar nicht der hat nur zwei möglichkeiten ich hab mal das zombie das haus geklient ja das war ihm ist tot das war ihm ist tot was er weh ich oh da ist voll action alter action wo bist du? ah ist noch alarm! Hilfe 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 im keller unten im keller unten im keller oben steh auf du es ist besser als mit euch zusammen der captain das sieht bisschen scheiße aus hier ne warte mal ich muss mich mal kurz heilen aus irgendwelchen gründen aus irgendwelchen gründen gründen arbeite ich ja mit für unfähigen leuten zusammen du bist allein gelaufen ich möchte kacken tschüss das ist ne heulsuse ich bin grad am kacken hol die witch ja kack du mal gleich nur so tot kann ich dir helfen alter mann alter hier ist nur ich jeder nicht die sitzt genau im weg die dumme sau welche dumme sau ich bring' die die hatte ich hart gefestet hat ja so das war gar nicht nötig die kotze hängt aber im auto alles gut lustiger grafikeffekt ihr könnt ruhig kommt jetzt frei ja wir konnten nicht kommen weil hier war alles voll mit kotze ich glaube ich habe gerade aus dem kundersatz unternehmen ach so ja das ist nicht so gut so viele zombie ich sehe keine frohe ging der dessen scheiß dagegen der ist aber schön geplatzt der fremde der fremde mann der fremde mann ich habe mal hier alle weg gemacht das ist tom also ja ja wir wollten nur gucken wie lange du es aushält da liegt man einen jugend am boden warst du das wo ist zunge warte martin hat er doch mal raffael warte bleibt also muss er ja komm der ist noch schon reingerannt und lockt die ganzen zombies hinterher wir müssen da rein ja wie er die tür zugemacht hat ja klar ich lasse auf oder was ja sicher jetzt habe ich auch ganz schön verzogen so ich bin auch im safehaus hat er hat er hat er ich sehe gerade ich auch grüßt euch ja das ist fein du wir sind eingekommen ja mann wer ist erster ja du ja wer ist der größte idiot meinst du wohl ja das hatte ich auch schon gemacht aber da hatte ich eine ultra porno krasse pump gun und nach drehschissen war die down ja das ist gut hast du gut gemacht ich bin ich bin kurz vorm verrecken gibt es hier verbänder hier diese warte warte ich will diese pump gun da nein meine fresse ich komm da hallo nimm dir medie pack du bongo jetzt habe ich hier so eine pump gun in der hand rolly sag mal nächstes mal spielst du wenigstens das ist ekelhaft nein danke da ist ja geil du da ist ja geil da habe ich ja auch eine scheißmutter ich war gar nicht auf dem klo ich habe in den dings geschissen in den mülleimer da habe ich hier hier ist was gut achso tatsache ja dann ist ja alles gut dann ist ja alles gut das ist fein da ist ja zombie jungen guck dir einen hightech monitor an achso ich habe jetzt einen pump gun mach mal alleine fertig hier ja alleine ach nachladen nade nach ne die pump gun ist scheiße ja da ist noch eine andere noch bisschen hier ja dann nehme ich mir wieder die da aufwischen ich gehe jetzt hier runter ich bin hier unten du bist da unten ich gehe jetzt ich gehe jetzt auch mal hier oh warte mal ich bin jetzt hier irgendwo an der oberstation hier ist ein schläger hallo ja du musst den körper wieder hoch achso ich gehe jetzt auf niegen oder aua wir klatschen wieder ein ach da steht einer ich bin hier gerade gefesselt an der zunge er hat mich voll ejakuliert das war ich sorry äh ok das erkennt die farbe wieso kann ich ihn nicht weg warum ist rafael schon wieder tot warum kann ich hier nicht ach ja komm da liegt mir die pack ich tecke mal du hast du eins oder ja stimmt sehe ich gerade ok dann heil dich und nimm das dann hast du wenigstens volles leben ich bin gerade auf welch ich sterbe ist schon bereit so ok weiter irgendwie irgendwo irgendwann dann follow me nein ich vertraue dir nicht doch ok nein die sind kurz und red zum nord ja ja ah da hinten ist hause fertig um sehe ich nicht ah alle ach ich hab den gerade nur einer verpasst äh leute beide hilfe hilfe alle unverhig jetzt sind alle unweg hier was ist das hier uuuuuh molethoff eh bist du weglaufen ist nicht oh ließ hier ist wieder so ein komisches Vieh was auf einem reitet ist gerade hier auf Dach geklettert ein Schuss und Nachnamen ich hasse es hab ich gesehen wo ist noch was wir hier hin der war doch da eben noch nur vielleicht bin ich tot ich sehe ihn ja hier ist ein Hunter Dreckschwein äh der verbrennt grad weil er wirklich ist der verbrennt grad weil er wirklich ist dem verbrennt grad weil er wirklich ist das hat weh Untertitelung des ZDF, 2020